Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei Uhrenfieber. Ich möchte mir heute gemeinsam mit euch eine Escapement Time Uhr anschauen. Escapement Time ist ein sehr, sehr kleiner chinesischer Uhrenhersteller. Wenn ich da jetzt richtig informiert bin, besteht das Unternehmen tatsächlich aus einer einzigen Person, also einem Mann, der die Uhren komplett alleine zusammenbaut. Die einzelnen Bauteile werden natürlich zugekauft, das ist ganz klar, aber zumindest die Endmontage wird dann immer von dieser einen Person, von diesem einen Mann durchgeführt. Das ist, wie ich finde, auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr interessante Geschichte. Dazu muss man sagen, dass die Uhren auch nicht allzu teuer sind. Ich habe mich jetzt hier für die King Psycho Hommage entschieden. Die kostet aktuell so um die 80 bis 90 Euro, also durchaus eine bezahlbare Uhr dafür, dass sie im Endeffekt von einer Person zusammengebaut wird. Finde ich das auf jeden Fall ganz nett. Das Unternehmen ist ja, wie ihr euch denken könnt, relativ klein und hat daher auch nicht besonders viele Uhren im Angebot. Ich glaube, man hat da so eine Auswahl von drei, vier Modellen aktuell. Ja, ich packe euch einen Link zu der Uhr und zu dem Shop gerne unten in die Beschreibung. Die Uhren werden aktuell nur bei AliExpress verkauft, wenn ich das richtig gesehen habe und dadurch, dass es tatsächlich nur eine Person ist, hat man da oft den Fall, dass die Uhren ausverkauft sind. Also da muss man sich die Uhren dann teilweise einfach mal auf die Merkliste setzen und hin und wieder mal vorbeischauen. Die Uhren werden immer wieder angeboten, aber die Nachfrage ist doch recht groß, sodass sie dann schnell wieder ausverkauft sind. Naja, so viel zum Unternehmen Escapement Time an sich. Das fand ich an sich schon mal sehr, sehr spannend. Aber die Uhr ist auch sehr interessant. Ich denke, die wird euch auch gefallen. Ich bin mal gespannt. Ja, die Verpackung erstmal ist nichts Besonderes. Das müssen wir ganz klar sagen. Relativ günstiger Pappkarton in blau gehalten mit dem Escapement Time Aufkleber. Ganz ehrlich, da hätte ich es erwartet, dass man den gerade aufklebt. Das finde ich ein bisschen schade. Also die Verpackung nicht wirklich schön, aber die Uhr ist dafür umso schöner. Ja, unter diesem kleinen Schutz haben wir dann auch schon die Escapement Time Uhr. Ich lege sie mal raus und dann schauen wir uns dieses Teil mal ganz genau an. Ansonsten hat man hier auch nichts weiteres drin. Also keine Garantieinformationen, keine Produktbeschreibung, wirklich nur die Uhr an sich selbst. Ja, hier liegt sie nun also, die Escapement Time. Ich weiß gar nicht, ob diese Uhr jetzt eine Produktbeschreibung oder eine Modellbezeichnung hat. Ich weiß nur, dass es eine Hommage an eine etwas ältere King Seiko ist. Die King Seiko ist ja keine Uhr der absoluten Premium-Klasse. Die King Seiko kostet, glaube ich, so um die 1000 Euro. Daher finde ich es schon mal interessant, dass man eine, ja, nicht ganz so bekannte Uhr dennoch hier als Hommage aufgegriffen hat. Denn ich finde, dass es eine sehr, sehr schöne Uhr ist. Und ich denke auch direkt hier im ersten Eindruck merkt man direkt, dass die Uhr super, super schön aussieht und echt einen sehr, sehr hochwertigen Eindruck macht. Also das fällt mir persönlich direkt auf. Auch wenn man die Uhr in der Hand hat, dann merkt man einfach, dass man echt einen sehr, sehr schönen Zeitmesser hier trägt. Ich hoffe, das kommt hier in der Kamera so rüber, aber da war ich tatsächlich selber erst mal begeistert, als ich sie das erste Mal ausgepackt habe. Ja, direkt vorweg schauen wir uns einmal die Abmessung der Uhr an. Wir haben hier ein Gehäusedurchmesser von 39,8 mm, einen Hornabstand von exakt 46 mm und das Gehäuse misst in der Höhe 9,8 mm. Ist also eine relativ kleine Uhr, gerade die Höhe von unter 10 mm ist natürlich recht flach. Und ihr könnt es euch sicherlich schon denken, die Uhr trägt sich daher sehr, sehr angenehm am Handgelenk. Aber das schauen wir uns wie immer später nochmal genauer an. Ja, das Band misst am Anstoß 20 mm, sollte hier auch vermerkt sein. Genau, hier unten steht es, 20 mm. Ist jetzt nichts Besonderes, so ein typisches Lederband. Passt aber optisch zu Uhr recht gut. Und es gibt qualitativ durchaus schlechtere Bänder, also da habe ich schon Schlechteres gesehen. Es ist relativ weich hier oben vielleicht, Richtung Anstoß ein bisschen knochig, aber insgesamt doch recht angenehm zu tragen. Also ich glaube, die Uhr kann sich mit dem Band ganz gut sehen lassen. Ja, zur Ausstattung kann man sagen, dass die Ausstattung für die um die 80 Euro, wie die Uhr gehandelt wird, wieder mal sehr ordentlich ist. Das Gehäuse besteht natürlich selbstverständlich komplett aus 316L Edelstahl, ist auch komplett poliert. Wir haben jetzt hier keine gebürsteten oder geschliffenen Flächen, die Politur ist gut durchgeführt. Das Einzige, wo man es hier ein bisschen angeschliffen hat, ist die Rehaut. Ich glaube, das kann man jetzt erkennen, aber ansonsten komplett alles poliert. Ist halt eine Dresswatch und ich denke, da passt das auch sehr gut. Wir haben hier ein Saphirglas verbaut, das ist an sich nicht gewölbt. Aber wenn man genau hinschaut, sieht man, dass die Ränder so ein bisschen angeschrägt sind und dann so ein bisschen angeschrägt da reinlaufen. Das Saphirglas ist, glaube ich, auch nicht entspiegelt. Ich habe jetzt zumindest keine Entspiegelungsschicht irgendwie wahrnehmen können. Aber mit dem cremeweißen Ziffernblatt lässt sich die Uhr eigentlich aus jedem Blickwinkel bestens ablesen. Also das wäre hier jetzt auch nicht wirklich nötig gewesen. Dazu haben wir eine Wasserdichtigkeit von 50 Metern. Die Krone ist leider nicht verschraubt, der Gehäuseboden schon. Ich denke, 50 Meter reichen für so eine Dresswatch auch vollkommen aus. Man wird hiermit jetzt sowieso nicht wirklich tauchen gehen. Und für die normalen alltäglichen Nutzungsmöglichkeiten, sei es jetzt irgendwie duschen, Hände waschen, Regen, da reicht das natürlich auf jeden Fall aus. Also das sollte kein Problem darstellen. Wo wir gerade schon bei der Krone waren. Die Krone ist signiert. Dazu nehme ich euch einmal näher ran. Haben wir hier dieses Escapement-Time-Logo. Und passend zu so einer Vintage-Dresswatch-Uhr, finde ich, sieht das Logo perfekt aus. Das sieht super aus, passt sehr, sehr gut zur Uhr, wirkt sehr hochwertig. Ja, dieses ES in Schreibschrift gehalten, gefällt mir auf jeden Fall gut. Ich glaube, die früheren Escapement-Time-Modelle hatten eine unsignierte Krone. Und da finde ich es auf jeden Fall schön, dass man dann hier jetzt die signierte Krone verbaut hat. Ja, das wäre es dann auch schon im Groben und Ganzen zur Ausstattung gewesen. Ein wesentlicher Punkt, der natürlich zur Uhrenausstattung gehört, ist das Uhrwerk. Und das ist bei dieser Uhr tatsächlich sehr, sehr spannend, wie ich finde. Wir sehen ja hier den Sekundenzeiger, wie er hier eine relativ weiche Bewegung hat. Da würde man normalerweise zweifelsohne denken, dass hier ein Automatikwerk verbaut ist, wahrscheinlich ein gängiges Miota- oder Seiko-Werk. Dem ist aber tatsächlich nicht so, denn wenn wir uns das Ziffernblatt anschauen, sehen wir ja hier den Schriftzug Quarz. Und hier ist tatsächlich ein Seiko VH-31-Quarzwerk verbaut. Aber die Besonderheit dieses Quarzwerkes ist es, dass das Werk vier Schläge pro Sekunde tätigt. Normalerweise tätigt ein Quarzwerk einen Schlag pro Sekunde. Dadurch hat man dann die etwas hakelige, abgehackte Bewegung des Sekundenzeigers. Das ist ja das, was normalerweise so ein großer Nachteil von einer Quarzuhr ist. Und das hat man hier nicht. Hier hat man also vier Schläge pro Sekunde. Und dadurch hat man eigentlich die Optik einer Automatikuhr. Finde ich super spannend. Das Werk ist natürlich auch psychotypisch sehr ganggenau. Man hat hier eine Abweichung von maximal plus minus 15 Sekunden. Allerdings nicht am Tag, nicht in der Woche, sondern im Monat. Also damit sollte die Uhr genauer sein als so ziemlich jede Automatikuhr, die es am Markt gibt. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Pluspunkt. Ich finde das Werk echt spannend. Ich wusste persönlich vorher noch gar nicht, dass es diese Art von Quarzwerk gibt. Es ist auch die erste Uhr, die ich selber in meiner Sammlung habe, die als Quarzuhr mehr als einen Schlag pro Sekunde tätigt. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein riesengroßer Pluspunkt. Ja. Der Vorteil auch übrigens gegenüber einem Automatikwerk, zumindest gegenüber einem günstigen Automatikwerk, ist natürlich die Bauhöhe des Quarzwerkes. Dadurch, dass man hier auf dieses Quarzwerk setzt, kann man halt die Uhr mit einer Höhe von unter 10 mm konstruieren. Und das ist mit den günstigen Automatikwerken dann schon relativ schwierig. Ja, so viel dazu. Dann wollen wir uns mal das Ziffernblatt anschauen. Und das ist auch super interessant, super spannend. Wir haben hier erstmal so eine Farbe, die, ja, ich würde es mal als Off-White-Weiß bezeichnen. Also so ein Creme-Weiß. Sieht super schön aus, unterstreicht diesen Vintage-Charakter der Uhr. Passt super zu so einer Dresswatch, finde ich. Es gibt da aber inzwischen mehrere Farben. Ich glaube, es gibt da auch eine graue und eine blaue Version. Wie gesagt, Links zur Uhr sind natürlich unten in der Beschreibung. Aber da muss man mal schauen, die einzelnen Varianten sind, wie gesagt, oft ausverkauft. Also wenn man dann eine spezielle Variante haben möchte, dann gerne mal auf die Beobachtungsliste setzen. Ein weiterer Pluspunkt, der hier super ins Auge fällt, ist das Zeiger-Design. Wir haben hier diese spitz zulaufenden Zeiger, typisch im Saiko-Design gehalten, King Saiko oder auch Grand Saiko. Das Design kennt man ja und der Sekundenzeiger ist blau und in diesem Fall tatsächlich nicht nur blau angemalt, sondern durch Hitzebehandlung richtig gebläut. Also das finde ich gerade für den Preis auch ein super schönes Detail und ich finde, das fügt sich optisch natürlich sehr, sehr gut hier ins Gesamtbild ein. Sonst ist das Ziffernblatt sehr, sehr schlicht gehalten. Wir haben hier oben diesen Escapement-Time-Schriftzug und unten den Quarz-Schriftzug in Schreibschrift gehalten, wie auch schon hier die Signatur auf der Krone. Und wie gesagt, das passt natürlich super zu so einer Vintage-Dresswatch, sieht super elegant, super schick aus. Ja, die Indizes sind komplett aus Edelstahl, sind gesetzt und poliert, hat man quasi so mit einer Chromoptik. Auch das sieht super gut aus, kleiner Nachteil, man hat hier keine Leuchtmasse verbaut. Aber das war ja damals bei diesen Vintage-Dresswatch-Uhren generell gang und gäbe. Also das war auch oft bei den Uhren, die hier dieser Uhr als Vorbild dienen der Fall. Von daher kann ich damit auf jeden Fall leben, sollte aber nur angemerkt sein. Im Dunkeln kann man hier also eher weniger die Zeit ablesen. Ja, das wäre es auch schon so allgemein zur Optik gewesen. Vielmehr kann man hier eigentlich nichts zu sagen, außer dass es echt eine Uhr ist, die ein sehr, sehr schönes Äußeres hat. Ich finde generell die Form des Gehäuses super genial, wobei das natürlich jetzt nicht Escapement Time zuzuschreiben ist, sondern, wenn man ehrlich ist, eher Seiko. Also man hat hier dieses typische spitz zulaufende Design, was man von einigen Seiko-Modellen kennt, in diesem Fall dann also von der King Seiko. Aber das sieht natürlich alles super stimmig aus. Ja, dann würde ich sagen, werde ich die Uhr jetzt einmal aufsetzen. Schauen wir uns mal an, wie sie sich an meinem 16,5 cm Handgelenk so trägt. Ja, ich habe es bereits eben angekündigt, durch die doch sehr passenden Abmessungen trägt sich die Uhr sehr, sehr angenehm. Also sie ist ja relativ dünn, hat einen relativ geringen Hornabstand und einen Gehäusedurchmesser von etwa 40 mm. Somit meiner Meinung nach optimale Abmessung sollte eigentlich an jedes Handgelenk passen und sieht einfach sehr, sehr gut aus, denke ich. Besonders also hier dieses cremeweiße Ziffernblatt mit dem blauen Sekundenzeiger, das sieht echt sehr, sehr gut aus. Ja, dann nehme ich euch nochmal einmal mit nach draußen. Das ist zwar heute wieder, ja, wintertypisch, ein relativ bewölkter Tag, aber nichtsdestotrotz schauen wir uns die Uhr nochmal ganz schnell im Tageslicht an. Bevor wir dann zu einem kurzen Fazit kommen, Leuchtmassentest gibt es natürlich heute nicht, wir haben ja keine Leuchtmasse, daher heute ein relativ kurzes Video. Ja, dann sehen wir uns draußen wieder. Ja, dann sehen wir uns draußen. Das soll es dann auch schon wieder zur Vorstellung der Escapement Time King Psycho Hommage gewesen sein. Alles in allem eine superschöne Dresswatch. Mir gefällt die Uhr sehr, sehr gut, ist also echt empfehlenswert. Ich habe hier wirklich nichts auszusetzen, also alles sehr, sehr gut gelungen. Wir haben jetzt hier auch keine Probleme der Qualitätskontrolle, dass irgendwelche Indexmarkierungen schief aufgesetzt sind oder so. Nein, also das ist wirklich alles sehr, sehr gut gemacht und ich finde, dass die Uhr optisch echt einen super genialen Eindruck macht und tatsächlich sehr hochwertig wirkt. Also für um die 80 Euro macht man bei dieser Uhr definitiv nichts falsch. Wenn man eine elegante Dresswatch sucht, dann ist man hier auf jeden Fall richtig. Man muss natürlich auf das Automatikwerk verzichten. Das ist aber hier kein großer Negativpunkt, denn ich finde dieses VH31 Quarzwerk von Seiko verrichtet echt eine sehr, sehr gute Arbeit. Und von der Optik, wie sich der Sekundenzeiger mit den vier Schlägen pro Sekunde hier bewegt, sieht das doch sehr, sehr ansprechend aus. Der Vorteil ist natürlich, dass man die Uhr nicht aufziehen muss und dann bei längerem Nichtbenutzen die Zeit nachstellen muss. Also damit kann ich auf jeden Fall gut leben. Ja, schreibt eure Meinung zu dieser Uhr gerne mal in die Kommentare. Würde mich echt interessieren. Was haltet ihr von diesem Seiko VH31 Quarzwerk? Wie findet ihr das? Ein Quarzwerk in Automatikoptik? Ich finde echt ein spannendes Thema. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und in dem Sinne bis zum nächsten Video hier bei Uhrenfieber. Ciao!